Herzlich Willkommen beim Member Boost Podcast, dem ultimativen Podcast für alle Betreiber von Fitness-Stuos, EMS-Stuos und CrossFit-Boxen, die ihre Mitgliederzahlen steigern und ehemalige Mitglieder zurückgeben möchten. Adam Bigon und Tim Kromart teilen ihr Wissen über Online-Marketing, Automatisierung und alle Strategien, die zu einem Zuwachs am Mitglieder führen. Viel Spaß mit der neuen Folge. So, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Member Boost Podcasts. Wir sind dieses Mal extra nach Mallorca geflogen. Wir haben heute zwei Gäste, um diese beiden Kapazitäten der Fitnessbranche heute im Interview zu haben. Das heißt, der Adam und ich führen nicht wieder unseren bekannten Dialog, sondern wir haben zwar interessante Gäste heute, die auch über ein anderes Konzept von Marketing was sagen können. Und es gibt auch noch eine ganz witzige Geschichte, wie wir die beiden kennengelernt haben. Der Adam und ich haben die Gewichte beiseite gelegt und sind Paddelspielen gegangen. Und zwar nach Hilden in die Sportmühle, an den Björn besucht. Und der Björn hat, war so nett, uns auch einen kleinen Rundgang durch die Sportmühle zu geben. Also für diejenigen, die die Sportmühle nicht kennen, ist es einfach ein Riesenbunker hier in Hilden mit einigen tausend Mitgliedern. Die bieten, es ist so eine Multifunktionsanlage, die bieten ziemlich viel an. Und was noch ganz interessant ist, was der Björn so in so einem Nebensatz irgendwie beim Rundgang gedroppt hat, war die Tatsache, dass sie eigentlich gar kein Marketing machen, Björn, richtig? So aktiv eigentlich nicht. Also jetzt nicht im klassischen Sinne zumindest, was Werbung angeht und so weiter, sondern eben eine andere Art von Marketing, die auch in der Crossfit-Box ganz bedeutend ist. Und zwar das Thema Community. Und ohne zu viel zu verraten, würde ich einfach mal an den Björn abgeben und den mal bitten, so ein bisschen das zu erzählen, was er auch mir erzählt hat bei dem Rundgang, wie die Sportmühle sehr, sehr viele Mitglieder gewinnt. Hi erstmal ihr beiden. Danke für die Einladung. Ja, großartiges Setup hier. Eingehend jetzt zu deiner Frage. Marketing ist ja ein spannendes Thema. Das wissen die meisten Leute. Die wissen, okay, wenn wir so viel Geld ausgeben, was hat das am Ende des Tages? Ja, was bringt das denn? Und ich war immer schon so der Meinung von wegen, hey, wie geil ist das, wenn du es schaust, so wie Apple, dass die Leute bereit sind, bei Kälte nachts davor zu bunkern oder zu zelten, dann wird es ja einer der Ersten, so ein iPhone zu bekommen. Da denke ich mir so, ey, was ist denn da los? Du willst dazugehören, du willst einer der Ersten sein. Ist ja auch dann irgendwo eine Community, wo man sagt, hey, auch bei Sneakers, also auch eine krasse Community. Da habe ich immer gedacht, ey, ich möchte ein Magnet sein. Ich möchte nicht von wegen irgendwie betteln und hey, liebe Leute, fangt bei uns an und irgendwie sowas. Lass uns doch einfach mal intern so einen geilen Job machen, dass die Leute gerne zu uns kommen möchten. Und dann fängt es an, dann war ich drei Jahre ja, vor einigen Jahren, war ich auch mal in der Tourismusbranche. Und ich finde dieses Konzept Clubhotel, so Robinson-mäßig, finde ich ja geil. Ja, du kommst irgendwo an, du wirst gleich nett begrüßt und dann kommt so ein Come-Together-Cocktail, so ein Welcome-Wink. Dann stellt man sich so untereinander vor, man hat dann eben noch ein Abendprogramm, wo die Neuen sich erstmal kennenlernen. Da habe ich gesagt vorhin, ey, das kannst du doch im Fitnessstudio eigentlich auch machen. Ja, und gepaart dessen, dass die Leute sich untereinander kennenlernen, mit eben das wichtigste Werkzeug, dem weitergeben, das ist so der kleine Fitnessführerschein, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, weil wir im Fitnessbereich eine Verantwortung haben. Wir sollten ja den Leuten wirklich zeigen wollen, wie es geht und nicht einfach nur ein paar Geräte hinstellen und sagt, macht selber. Da sage ich, hey, das ist so Community, Welcome, plus eben so ein kleiner Fitnessführerschein. Ja, das ist die ersten vier Wochen bei uns und das läuft super, super gut. Gut, und das ist so der Step One. Dann geht es ja so weiter zu sagen, hey, wie können wir denn die Leute denn dauerhaft Fitness schmackhaft machen? Weil viele Leute kündigen ja, kennen wir ja. Es gibt ja eine Quote, die besagt von 100 Leuten, die im Fitnessstudio anfangen, wie viele Leute erreichen ihr Ziel? Wisst ihr die Quote? Ne. Was würdet ihr schätzen? Ich würde schätzen wahrscheinlich 20 Prozent. 20? Ja. 20? Das ist eine Frage, die ich immer wieder stelle, wie alle zwei Wochen bei jedem Trainingsseminar, was ich gebe. Das sind sieben Prozent. Oh, sieben? Wenn ich mir vorstelle, sieben Leute erreichen ihr Ziel, 93 nicht. Was ist jetzt, ich nehme vor, was ist der Grund, warum sie es nicht erreichen? Ja, und das habe ich mich dann auch gefragt. Motivation. Und ich glaube von wegen, ja natürlich Motivation, Spaß geht nicht mehr voran. Das Training ist vielleicht zu monoton. Sie sind am Anfang natürlich voller Euphorie rangegangen. Dann merken sie von wegen so, oh, Fitness ist ja doch nicht so lustig. Außer du gehst in den Sumbach, hast ein bisschen Spaß. Nee, Fitness heißt von wegen, es ist wie Zähneputzen. Ja, du musst auch mal ein anderes Limit geben. Ja, es tut auch vielleicht mal weh, aber es bringt dir im Long One viel mehr. Ja, es ist eine Investition. Aber du musst es auch wissen und verstehen. Und du musst versuchen, gerade am Anfang den Leuten schon mal so die ersten Erfolgserlebnisse zu geben. Ja, weil dann bleiben sie dran. Ja, und wenn du alleingelassen wirst, ist das halt sehr, sehr häufig nicht der Fall. Darum haben wir überlegt, okay, wie können wir das machen, dass die Leute in so einer Art Community sind. Ja, dass sie sich untereinander unterstützen. Und vor ungefähr sechs Jahren hatte ich so die Idee, lass uns doch mal, einer der wichtigsten Themen im Fitnessstudio ist. Abnehmen. Abnehmen. Ja, und dann sagen, lass uns doch mal so eine Challenge machen. Ja, wir kennen ja auch im Fernsehen so dieses Biggest Loser. Ja, es sind auch Teams, die gegeneinander antreten, etc. Lass uns das doch mal ins Studio integrieren. Auch Teams bilden. Die Trainer können endlich mal beweisen, wie gut sie tatsächlich sind. Ja, nicht nur von ihrem fachlichen Know-how, sondern auch Motivation. Ja, soziale Kompetenzen. Und das fanden die Trainer damals ziemlich cool. Haben gesagt, okay, ja, gut, machen wir. Und dann haben wir die Teams gegründet. Dann waren es so 20 Leute pro Team, haben wir klein angefangen mit 60, 80 Leuten. Ja, mittlerweile haben wir jetzt dieses Jahr, jetzt gerade letzte Woche war Ende, ja, die größte interne, studiointerne Challenge gehabt mit 240 Leuten. Ja, neun Teams, neun Coaches, die gegeneinander gebettelt haben, ja. Und es war eine Euphorie, es war eine Energie acht Wochen lang bei uns im Studio. Das kannst du so nicht beschreiben. Wir haben das ja gesehen bei euch, als wir den Rundgang gemacht haben, fand ich richtig geil, dass bei euch im Studio über Monitore hängen. Auf den Monitoren stehen dann im Grunde genommen dann die Namen der Gruppen oder die Namen der Coaches, glaube ich, bei euch. Die Teams, genau. Und dahinter halt auch dann die Kilos, die abgenommen wurden, richtig? Das heißt, es ist halt während dieser Wochen immer transparent, welches Team gerade irgendwie um welchen Platz kämpft, sodass immer diese Motivation quasi hoch bleibt, ja. Ja, und ich finde es richtig, richtig geil, weil, also die Zuschauer oder die Zuhörer wissen, wir haben ja eine Crossfit-Box bei uns und das ist das Thema Accountability, das Thema Community, super, super wichtig. Und ich habe ja schon gesagt, die Leute, warum kommen Leute zum Sport und warum hören sie auf? Und ich glaube immer, es gibt einen Grund, sie fangen motiviert an, klar. Das ist ja relativ simpel, aber dann irgendwann flacht es ab. Und es flacht ab, entweder, wenn sie keinen Erfolg haben, ja, oder wenn sie keinen Spaß haben. So, und das Gute ist, dass durch eine Community, dass dieser Spaß kommt durch die Community, durch die Community kommen sie öfter, weil sie eine Verbindlichkeit haben. Also die Army ist immer Accountability, das heißt, du musst deine Mitglieder auch accountable halten, du musst dabei halten, dass sie Bock haben. Das heißt, durch eine Community schaffst du A, den Spaß, weil die sich betteln, das heißt, es gibt immer so einen kleinen Wettkampf. Es gibt das Thema der Verbindlichkeit, weil, okay, wenn ich zum Team gehöre, dann bleibe ich auch dran, weil ich will, dass meine Kilos oder mein Beitrag auch zum Team geleistet wird. Und dadurch haben sie das Erfolg. Und dann ist das wirklich wie so ein Perpetemodule, was sich quasi selbst immer wieder antreibt. Genau, weil sie sich gegenseitig unterstützen. Du bist nicht allein gelassen. Und das ist gerade am Anfang extremst wichtig, dass man sagt, okay, pass auf, Adam, pass auf, du hast jetzt neu angefangen hier, aber du bist jetzt nicht alleine. Ich stecke dich in mein Team rein. Wir sind 28 Männer oder Frauen, Teilnehmer. Und wir beide haben jetzt das Ziel, dein Ziel zu erreichen. Was ist denn dein Ziel? Willst du 5 Kilo, 10 Kilo, 20 Kilo, 100 Kilo, was willst du abnehmen? Und dann werden wir gucken, dass wir das auch erreichen in diesen acht Wochen, wenn es möglich ist. Und wenn nicht, dann im Long One. Dafür gibt es ja diese Nachhaltigkeitschallenge. Wir sind ja alle keine Freunde davon, Crash-Diäten oder so Müll zu machen. Es soll wirklich mit Sinn und Verstand sein, gut was abzunehmen, aber gleichzeitig eben auch die Fitness zu erhalten, den Stoffwechsel zu erhalten oder noch zu verbessern, wenn es geht. Das ist eine Wegweiser im Grunde genommen. Also, dass man danach weitermacht. Ja, genau. Das ist der Antrieb, das ist der Start am Anfang. Das ist so die erste Challenge. Und dann haben wir letztes Jahr mit High Rocks angefangen. High Rocks ist ja nichts anderes. Das ist ja das perfekte Beispiel jetzt, wie man Communities so bildet. Da hatte Peter heute ja auch einen Vortrag dazu gehalten, auch zu dem High Rocks auch unter anderem, wie dann irgendwie jeder versucht, im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist, die gleichen Übungen, es verändert sich ja nichts. Das Gleiche, genau. Es ist immer das Gleiche und trotzdem haben die es geschafft, muss man sagen, da wirklich eine richtig krasse Community aufzubauen. Und ich komme ja aus dem Crossfit-Bereich und ich muss dazugeben, als High Rocks hier rauskam, ich glaube, Puma war das, glaube ich, die das auch gemacht haben, oder? Der Hauptsponsor unter anderem, glaube ich. Am Anfang, ja. Am Anfang, genau. Und da hat man so gesagt, ja gut, jetzt versuchen die, was darauf zu machen. Das wird nie im Leben klappen. Aber es hat geklappt. Es ist eine Riesen-Community, die vor allen Dingen halt auch wirklich noch die breitere Masse erreicht hat. Und der Grund war auch der, weil einfach die Übungen und der ganze Kram nicht zu kompliziert war. Das heißt, auch die Tante Erna konnte teilnehmen. Ja, die kann sich quasi, genau. Es ging halt mehr auf Masse, es ging halt mehr auf das breite Publikum. Und jeder konnte mitmachen oder kann mitmachen. Jeder kann sich dem ganzen Challenge stellen und darauf hinarbeiten. Und das Geile ist, es ist auch messbar. Das heißt, du kannst dich mit der ganzen Welt einfach messen und schauen, wie gut du bist im Verhältnis zu, also in deiner Altersklasse im Verhältnis zu anderen. Du bist ja relativ gut da drin, oder? Fit. Was hast du da, was hast du da jetzt erreicht? Erzähl doch mal. Ja, wir waren letztes Jahr, haben wir dann im Juni mit unseren neuen Skill-Haul dann eben mit Highbox angefangen. Haben dann die Ausbildung gemacht zum Highbox-Coach. Und da habe ich schon gemerkt vorhin, ich finde das gerade geil, was du gesagt hast, dass Leute auf einmal anfangen, auf ein Ziel hinaus zu trainieren. Ja, weil wenn man sagt, ey, du fängst jetzt mit Fitness an, mach mal die Gewichte mit der Übung, die Gewichte und guck, dass du sie langsam steigerst. Ja, aber in Wirklichkeit hat es ja nicht so einen richtigen Antrieb. Kein Reiz. Beim Highbox ist es so, hey, du hast jetzt das, das ist deine Zeit. Wir gucken jetzt vorhin, dass wir dich von Woche zu Woche besser machen. Deine Performance besser machen, deine Fitness besser machen. Und das siehst du, wir arbeiten da mit Polar zusammen. Ja, wir haben diese Screens. Wir sehen vorhin, wie die Pulsschläge dann sind. Ja, und wir sehen auch von wegen, wenn Menschen komplett immer im roten Bereich sind, dann müssen wir an der Grundlagenausdauer arbeiten. Also wir können als Coaches viel besser die Leute auch betreuen. Und das ist ein großer Faktor, dass du so im normalen Training oben vielleicht nicht hast. Ja, und noch zu der Frage jetzt. Dann haben wir dann angefangen und in Hamburg haben wir letztes Jahr im November dann die erste Competition gemacht. Da war ich dann auf Platz zwei. Ich mache das gerne im Double, Mixed Double. Da hatte ich eine Partnerin. Und wir waren in der Age Group 30 bis 39. Man muss sagen, das ist mit die schwierigste Age Group, weil da wirklich richtige Raketen dabei sind. Und jetzt in Maastricht habe ich es dann geschafft, mit einer anderen Partnerin mich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und da sind wir auch mega stolz drauf. Glückwunsch auf jeden Fall. Dankeschön. Ich bin mega gespannt. Also wenn wir jetzt im Juni nach Nizza fliegen und die 4000 krassesten Athleten da miterleben und dann gehörst du mit dazu, das ist schon ein bisschen geil. Ja. Schauen wir uns mal an, was passiert. Jetzt auf der FIBO, also das wird natürlich, glaube ich, auch der Oberhammer, ist ein Heimspiel für uns. Ja, also von Hilden fährt man nicht so lang. Wir kommen aber schon mit über 50 Athleten. Wir haben Otto Mohl Sport als Sponsor. Die haben uns alle Hoodies besorgt. Ja, das wird schon mal, glaube ich, ganz nett. Und das ist wieder Community. Weißt du, das ist auch sowas, ich glaube tatsächlich sagen zu können, dass niemand aus diesem Kreis kündigen wird bei uns. Ja, weil die einfach sagen, ich habe jetzt so viele neue Trainingsbekannte oder Bekanntschaften gemacht. Freundschaften teilweise, die treffen sich ja privat schon, machen dann Trainingstermine aus und wollen jetzt selber noch was machen. Das einfach so loszulassen, das tust du nicht. Das tust du nur, wenn du keine Wurzeln hast. Das tust du nur, wenn du immer alleine zum Training gehst. Aber bringen die Leute zusammen, dann ist das eigentlich schon ganz gut. Aber es ist schon erstaunlich, so zu beobachten, wie sich so die Welt des Fitness, also auch die Verbindung zum Mitglied verändert. Also aus meiner Zeit, als ich ja, ich komme ja eigentlich noch zum Kampfsport und dann habe ich immer Fitness gemacht, ja auch, wo ich ja studiert hatte. Da war es auch so ein bisschen so, bloß nicht die Mitglieder wecken, die gerade nicht kommen. Kennt ihr das noch? Genau, so nach dem Motto, schlafen und Hunde nicht wecken, bloß nicht die Zeit zwar durchlassen, da kann ich nichts schreiben und so. Und heute, Gott sei Dank, heute versuchen wir wirklich einfach alles dafür zu tun, dass die Leute auch kommen, dass sie wirklich regelmäßig kommen, dranbleiben, sich beteiligen, soziales Umfeld aufbauen und so weiter. Darum ist es ja auch so wichtig, gerade am Anfang durch diesen kleinen Fitness-Führerschein zu erklären, was bedeutet Sarkopenie? Was bedeutet dieser Muskelschwung? Was macht es mit dir? Was hat das für fatale Konsequenzen? Und einfach zu sagen, auch wenn ihr keinen Bock habt, ich glaube, keiner ist auf die Welt gekommen und hat sich morgen schon gefreut, oh, juppi, ich muss jetzt die Zähne putzen. Nein, aber zweimal die Woche, trainiere die wichtigsten Muskeln, ja, tu was für dich, das ist Körperpflege, das ist Investition, damit du später einfach eine viel höhere Lebensqualität hast. Und wenn sie das begriffen haben, auch dann kündigen sie wieder weniger, ja. Also gib ihnen doch alles an Wissen, an Werkzeugen und nimm die an die Hand und mach was mit denen, weil es hat alles seine Berechtigung. Personallose Studios haben seine Berechtigung, es hat alles seine Berechtigung. Ich bin nur kein Freund davon. Ich sage, komm deiner Verantwortung nach und bring die Leute dazu, dass sie Spaß haben daran. Ja, bring die Leute zusammen. Mach sie erfolgreich. Es sind verschiedene Konzepte, die alle irgendwo in ihrem Feld eine Daseinsberechtigung haben. Auf jeden Fall. Man muss halt wissen, wo man halt hin möchte. Zeiko, du hast ja auch einen Club. Genau, ich bin ja oben aus Schleswig-Holstein, ja, auf eine ganz andere Ecke, ne, schönstes Bundesland der Welt. Sagst du jetzt. Und ich betreibe schon seit 1995 schon eine Anlage und jetzt zur Zeit auch komplett digital und zum Teil personallos, aber zum größten Teil natürlich mit Personal. Hab auch alle schon durch, auch Abneeprogramme, auch schon sehr früh angefangen damit und auch gemerkt eben mit verschiedenen Gruppen. Hab mal gemacht, Männer gegen Frauen, hab mal gemacht, meinen Studenten, ne, Jungen gegen Alten, ne, so Generationsweckkampf gemacht als Abneenduell und hat immer Spaß gemacht. Und da hast du vollkommen recht. Die Leute bleiben natürlich dann viel länger, ne, die lernen sich kennen. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft, Gemeinschaftsgefühl und die bleiben auch länger. Ja, ansonsten auch nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und, ja, ich glaube, letztendlich haben wir uns auch jetzt kennengelernt über die Studios, über, ja, eine Fitnessgemeinschaft. Ich weiß nicht, ob wir da schon dazukommen können. Ich bin ja mal, also reingerutscht und hab mal in NRW, bin ich mal in einem Seminar gewesen und ein Netzwerktreffen von Studioinhabern, ganz, ganz klein. Und es waren sechs, sechs bis acht Stück. Früher war man so bei Unternehmensberatungen, kennt ihr ja vielleicht alle noch, dann sitzt man dann da. Ich will es auch nicht schlecht machen, um Gottes Willen, aber dann sitzt man da und zwei Tage oder einen Tag und geht nach Hause, hat man dann was Tolles mitgenommen, ja, auch finanziell ein bisschen was mitgenommen. Und, aber letztendlich fand ich diese Pausen so toll, ne, also diese Pausen, mit den Inhabern zu reden, ne, das fand ich so schön damals. Quatschen, Netzwerken. Quatschen, Netzwerken. Ich bin nach Hause, ich hab das aufgesogen, ne, also ich hab das so klasse, was die mir gesagt haben, wie viele, wie kleine, einfache Ideen manchmal da sind. Ich so, oh ja, genau, hätte ich auch machen können. Und es hat mich dann so beflügelt, dass ich dann gesagt habe, das kann ich doch selber, Netzwerktreffen machen, ja. Und bin dann losgezogen, dann NRW, hab da so ein paar Studios innerhalb von wenigen Monaten, 30, 40 Stück gekriegt. Und dann dachte ich, ach, ich komm ja aus dem Norden, kann ich da ja auch machen. Hab dann nochmal so 30, 40 Stück gekriegt, hab gemerkt, das liegt mir ganz gut, kann gut sappeln, ja. Und so, norddeutsche Schnauze. Um das Ganze ganz kurz mit der Eingangsgeschichte zu verknüpfen, wie Adam und ich zum Paddelspielen gekommen sind, ja. Genau. So haben wir nämlich die beiden auch kennengelernt, den Björn und den Heiko, über den Fitnessverbund. Ich muss sagen, sogenannten Fitnessverbund, weil für mich war das komplett neu irgendwie. Adam schickte mir über Instagram so einen Beitrag, der war irgendwie so türkis und da stand der Fitnessverbund. Und der Adam so, ja, wir gehen Paddelspielen. Und ich so, wir können auch mal Paddelspielen gehen. Und dann sag ich, ja, wie Paddelspielen? Dann schickte mir irgendwie diesen Instagram-Beitrag vom Fitnessverbund und dann guckte ich da so durch, die 50, 60 Kommentare von Studiobetreibern, Industrie auch so, ja, wir gehen Paddelspielen. Ich bin dabei, ich bin dabei. Und dann hab ich einfach kommentiert. Adam so, ja, wir müssen kommentieren, damit wir mitmachen können. Und dann krieg ich direkt eben schon eine WhatsApp von Björn. Ja, ihr seid jetzt angemeldet, so und so läuft das ab und mit mal einem Paddelturnier. So sind wir irgendwie zum Paddelspielen gekommen und sind wir auch zum Fitnessverbund gekommen. Und dann bin ich auch erst mal, als wir dann aufgeschlagen sind in der Sportmühle, habe ich auch erst mal blöd gefragt, ja, aber das ist eigentlich der Fitnessverbund. Das willst du jetzt wissen. Das will ich jetzt nochmal wissen. Also letztendlich, wie Heiko es gerade gesagt hat, ja, er hat das damals eben dann diese Idee gehabt, ja, die Leute zusammenzubringen. Genau. Das hat dann auch so mit viel Fahrerei, mit vielen Gesprächen dann schon ein bisschen in die Größe gebracht, ja, wo man sagt, okay, in Nordrhein-Westfalen schon 30, 40, im norddeutschen Raum schon 30, 40, 30 Studienbetreiber, die auch Bock darauf haben, sich auszutauschen, ja, das Wissen nicht für sich zu behalten. Das sollte ein guter Trainer ja auch nicht machen. Ich will ja auch mich ständig weiterentwickeln, damit ich den Kunden weiterhelfen kann. Unter dem Betreiber ist das auch genauso. Wir können auch so viel besser unterstützen, auch wenn das in der gleichen Stadt ist, ja. Ich habe da überhaupt keinen Schmerz mit. Einfach dieses Konkurrenzdenken, ja, das ist so kleinstirnig, so engstirnig, wo ich sage, hey, viel mehr zusammen machen, dann entsteht immer Größeres, ja. Und letztes Jahr, genau zur gleichen Zeit, haben wir uns dann davor schon ein bisschen telefoniert und haben gesagt, okay, dann auf Mallorca unterhalten wir uns mal ein bisschen mehr darüber. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Heiko, ich finde das geil, ich mag das auch sehr gerne, komm, das machen wir jetzt zusammen. Und dann haben wir dem Kind jetzt einen Namen gegeben, haben wir jetzt so unser Einjähriges, das können wir jetzt feiern, jetzt am Wochenende. Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe davor auch schon Veranstaltungen gemacht, mit einem anderen Partner und viele Sachen versucht, muss ich auch sagen. Deshalb ist das ganz andere Stil gerade, was wir machen, mit Paddelturnier. Ich habe vorher was über tolle Location versucht, also gar nicht im Fitnessstudio, sondern eher so Hotels gebucht oder im Wasserschloss gebucht. Für teures Geld. Ja, mit drei Ständeköchen und alles richtig edel gemacht. Aber da haben wir gemerkt, darum geht es gar nicht. Was wir toll, was die meisten Inhaber ja gut finden, ist ja, dass wir in einem Studio auch sind, auch mal was anfassen können. Natürlich bei euch natürlich mega, in der Sportmühle. Dass die Inhaber auch mal hingehen können und mal reden können, auch mit dem Trainer mal. Wie macht ihr das denn? Und ich fasse mal an, E-Gym oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist auch toll gewesen. Das habe ich gemerkt. Also es bringt nichts, was, eine tolle Location bringt keinen Inhaber irgendwie viel. Also wir hatten noch mega Spaß, muss ich sagen, auch wenn Tim und ich jetzt nicht die weltbesten... Noch nicht. Noch nicht. Ich habe ein Spiel einmal gewonnen. Ein Spiel einmal gewonnen. Ja, nur eins. Die anderen ganz knapp verloren. Aber gut, meine Tennisspielerkarriere hat mit damals sieben, glaube ich, angefangen und war mit zehn zu Ende. In Polen noch. Da muss ich tatsächlich noch... Ich wollte eigentlich zum Eishockey, aber egal. Hat nicht geklappt. Nochmal zurück zum Fitnessverbund, weil mich interessieren würde, jetzt wachst ihr ja auch und habt auch immer wieder neue Clubs, die da irgendwie mitmachen. Was ist der Plan für 24 oder 25? Wie soll es weitergehen? Was habt ihr vor? Oh, wir wollen groß werden. Das ist ein gutes Ziel. Also wir suchen echt Inhaber geführte Studios, wenn es geht. Kann natürlich, deshalb auch der Aufruf, also jeder kann natürlich mitmachen. Jeder, der ein Studio hat. Dann aber nur Inhaber natürlich. Und umso größer wir werden, umso mehr können wir erreichen, glaube ich. Weil gemeinsam sind wir stark. Und das ist unser Slogan ja auch schon. Gemeinsam sind wir stark, wir können mehr erreichen. Wir wollen Jobbörse zum Beispiel mit drin sein, dass man sagen kann, ich suche jemanden. Machen wir ja auch schon in den Gruppen. Ich brauche jemanden und dann wird dann auch schon schnell geantwortet. Oder Gerätebörse zum Beispiel. Oder Einkaufsmöglichkeiten, Einkaufsgemeinschaften machen. Dass man etwas ein bisschen günstiger kriegt. Warum nicht? In der Masse ist das, ja. Oder auch jetzt, was ganz toll ist gerade, was wir jetzt aktuell gerade haben. Es gibt immer Themen, die uns alle dann angehen und Studios. Ob das gerade mal Software ist. Da wird natürlich hart diskutiert gerade. Und da versuchen wir als Verbund eben zu sagen, komm, wir reden dann mal mit der Firma direkt. Im Namen von jetzt mittlerweile 160 Studios. Ja, es sind schon ein bisschen mehr, 180 sind wir schon fast. Es gibt auch schon jetzt Netzwerkeffekte, kann man sagen. Ja, ja. Und sagen wir mal, pass auf, wir versuchen das zu klären. Weil wenn jeder jetzt einzelne E-Mail reinschreibt, ich glaube, die Industrie ist genervt. Ja, aber okay, wenn sie es verbockt hat, dann müssen sie es auch ausbügeln. Aber sozusagen so, pass auf, ey, wir gucken vom Wegen, dass wir uns da einsetzen. Und versuchen mal eine faire Lösung zu finden. Ja, weil ich glaube, ich bin naiv manchmal. Denke vor allem so, ey, keiner macht was irgendwie böswillig. Oft steckt leider ein bisschen zu viel Kapitalismus dahinter. Darum, was wir ja auch anbieten, gerade durch die Events. Ihr habt das selber gesehen vom Wegen. Bei uns zahlt Industrie, wie eben Betreiber, haben bei dem Paddle-Event nur 40 Euro gezahlt. Für den ganzen Tag zocken, mit Schläger, mit Bällen, mit Mittagessen. Mit Essen, ja. Ich glaube, das ist ein sehr fairer Preis. Wo zahlt die Industrie 40 Euro für sowas? Um dann auch mit Betreibern kennenzulernen. Und dann zu sagen, lass uns einfach einen schönen Tag haben. Ihr sollt euch kennenlernen. Ihr sollt euch vielleicht gegenseitig ein bisschen Mehrwert bieten. Und gut. Und darum denke ich vor allem so, wenn wir das aufbauen können, wenn mehr Leute da reinkommen und ihre Expertise reinbringen, ihre Erfahrungen reinbringen, da profitiert ja jeder davon. Und ich glaube, dass diese Events dann, wo die Leute, glaube ich, jetzt echt auf Bock haben, nicht mehr zu sitzen und dann acht Stunden zu hören, wie ein Industriepartner da, was von sich erzählt etc., sondern einfach so, hey, lass uns doch einfach, ihr seid Menschen, wir sind Menschen. Lass uns doch einfach kennenlernen und das auf spielerische Art und Weise. Ganz harmonisch, ganz easy und ich glaube, das kommt sehr gut an. Wird immer nur Paddel gespielt oder gibt es noch was anderes in Planung? Paddel ist schon mal sehr, sehr gut. Mein Plan, ich würde noch viel mehr machen, ich würde eigentlich noch einen Beachvolleyball machen. Das wollte man als reinere Surfen. Also man möchte, wir haben viel vor, aber es ist natürlich nicht so einfach. Nicht jeder kann alles auch. Also du musst ja was finden, was leicht zu spielen ist, was Frau und Mann eben gut beherrscht, wo du einfach Spaß dran hast. Und mit Paddel ist natürlich jetzt gerade ziemlich cool, weil, das habt ihr selber ja auch gemerkt von wegen, einen Ball übers Netz zu hauen, was in einem Käfig drin ist, das kriegt man schon irgendwie hin. Und wenn man ein bisschen Talent hat oder wenn man schon mal Tennis gespielt hat, sogar ein bisschen besser. Aber durch dieses Americano-System, wo wirklich jeder mit jedem, gegen jeden spielt, ist es einfach auch wirklich fun. Auch Studio gegen Industrie, das ist interessant, ne? Ja, genau. Weil immer alles zusammenkommt. Genau, das war auch noch ein Faktor, den ich richtig cool fand, dass man halt einfach komplett durchmixt. Genau. Das ist nicht so, ihr habt ja gesagt, ihr habt quasi aus dem ersten Event schon gelernt, wo dann irgendwie feste Teams gebildet wurden und dann haben alle, die eh schon schnacken können, miteinander gespielt, sondern es wurde halt einfach durchgemixt. Und so kommst du eben auch als Industrie mit Betreibern komplett anders in Kontakt, wenn du eben als Team irgendwie ein Spiel spielen musst und dich abstimmen musst. Ey, geh mal nach vorne, ey, du nimmst ihn und so weiter. Und so kommst du mit den Leuten einfach viel besser in Kontakt, habe ich gemerkt. Ihr bleibt auch viel länger natürlich in Erinnerung. Und dann kann man dann immer spielen und dann habt ihr eine Pause. Und in der Pause könnt ihr dann pitchen. Dann könnt ihr sagen, so pass auf, hey, wir sind hier vom Member Boost und wir haben das und das, ja, wir können das und das. Wenn dich das interessiert, super cool, ja. Und er hat ja gleich einen ganz anderen Einstieg zu euch, weil, hey, ich habe doch schon mit dir gespielt, ja, es läuft ja gar nicht mehr so befremdlich ab, sondern nein, es ist schon gleich freundschaftlich irgendwo, ja, weil wir haben ja gerade gewonnen. Genau, du klatschst direkt am Anfang schon ab, du bist ein bisschen Team. Ja, genau. Und von daher, so soll es sein. Ich habe auch schon gespielt, ne? Da war ich sehr schlecht, glaube ich. Oder war das der einzige Sieg? Nee, nee, an meiner Leistung hat es nicht gelegen. Sag mehr, sag mehr. Ich war ja lange verletzt gewesen, deshalb bin ich... Ja, stimmt, ja, stimmt. Aber ihr habt ja gerade gefragt, ob noch mehr dann irgendwie im Raum ist. Ja, wir haben Ideen. Wir haben jetzt auch schon am Wochenende, verkünden wir schon die nächsten zwei Termine, die wir haben. Könnt ihr schon ein Geheimnis lüften? Wollen wir das jetzt schon? Ja, das eine können wir sagen. Das wird der Podcast erst spät ausgestrahlt. Ach so, ja, okay. Also, was mich jetzt richtig freut, oder was uns jetzt richtig freut, wir haben jetzt gerade vor zwei Tagen die Zusage bekommen von dem Scheck-Club, von der Familie Sportcheck, die die Sporthandel haben, ja, in ganz Deutschland, damals aber schon abgetreten haben. Im Süden, glaube ich, oder? In München, direkt am Englischen Garten. Super, super schöne Anlage. 40.000 Quadratmeter. Du warst schon da, ne? Genau. Schon mehrfach, ja. Die haben zum Beispiel auch die Abnehmen-Challenge von mir gekauft. Das Konzept, das habe ich das Team geschult. Die haben jetzt im Februar angefangen. Und, also super, wirklich eine ganz tolle Anlage. Und da haben wir jetzt die ganzen Hotelzimmer reservieren dürfen. Vom 13. bis zum 15. September. Also kurz vorm Oktoberfest. Man könnte es ein bisschen verlängern und noch verbinden. Ja. Und da planen wir jetzt was ganz, ganz Schönes. Ja. Das Wochenende. Das ist echt ein Highlight dieses Jahr, ne? Genau. Aber noch viel mehr wollen wir nicht verraten, weil... Wir sind gespannt. Ja. Es darf ein bisschen Neugier noch entstehen. Wenn jetzt einer unserer Zuschauer oder Zuhörer sagt, okay, cool, ich möchte als Studium mit dabei sein. Was müsste man machen? Am besten entweder uns anschreiben. Ja. Wir können euch erreichen, ja. Instagram mit Fitness-Verbund. Mhm. Ja. Fitness-Verbund. Ja. Dann findet man uns. Oder... Persönlich, wenn man uns kennt schon natürlich persönlich. Über euch. Über uns auf jeden Fall. Wir leiten uns gerne weiter. Ja, genau. Ja. Richtig. Das geht natürlich auch. Wir werden gerne unter dieser Folge natürlich auch die Links zu euch mal verlinken. Auch den Podcast beziehungsweise den Instagram-Account logischerweise. Und ja. Also es geht wirklich... Also alle Studienbetreiber, wir haben ja DACH. Also das heißt Fitness-Verbund D-A-C-H. Also alles aus Österreich, Schweiz und Deutschland darf gerne dazukommen. Und ja. Gibt es denn, ich sage mal, Kriterien, wo man sagt, okay, du und du nicht. Also jetzt... Größer meinst du, ne? Ja, größer oder halt, okay, eher so, okay, ich bin vielleicht in der Discounter-Kette oder ich bin eher der Inhaber-Geführte-Club oder seid ihr da komplett frei? Wir suchen schon mehr Inhaber-Geführt, aber letztendlich ist es ein bisschen... Hat man eben auch gehabt, ne? Es ist immer so schwierig zu sagen, so eine glatte Grenze zu ziehen. Ja, ist schwierig, genau. Also wir sind beide schon eher so der Freund zu sagen, so hey, ein Mensch. Menschlich sind wir beide, das wollte ich gerade sagen. Ja, was wichtig ist, vor allem ein Mensch, der sagt vor allem so, okay, ich habe hier ein Studio, ja, das habe ich aufgebaut, ja, das habe ich jetzt mitentwickelt etc., ist anders wie ein Investor, der jetzt einfach nur sagt vor allem so, hey, für mich ist das ein Abschreibungsprojekt, für mich ist das einfach so, ich stelle da die tausend Geräte rein, mache da jetzt mal 50 Anlagen, das soll einfach nur betriebswirtschaftlich laufen, ja. Das ist eine kalte Energie, mit denen wollen wir jetzt nicht so arbeiten, wir wollen eigentlich mit Leuten arbeiten, die so ein bisschen so ambitioniert sind, die ein bisschen auch sagen von, hey, ich bin authentisch, ja. Ihr wisst ja selber, wie sich das verändert hat. Damals, vor 25 Jahren, ich glaube, jeder, der ein Fitnessstudio hatte, war wirklich auch ein Fitnessfreak, der trainiert, Bodybuilder oder sonst was. Guck dir das mal heutzutage an, da sind es ja vielleicht maximal noch 10%. Guck dir leider mal viele Betreiber an, das ist ja, du findest nicht mehr so viele, die wirklich mit Herzloop dabei sind und auch noch drei, vier Mal auf die Trainingsfläche gehen, ja. Ich würde es ja mega feiern. Das stimmt. Wobei ich beides feiern würde. Also ich würde mir wirklich wünschen, tatsächlich, dass wir jemanden haben, der weiterhin den Sport im Herzen trägt, ja, aber die Affinität zu zahlen trotzdem hat, weil das ist so oft das Problem, dass man, dass man einfach, um eben so ein Ding, was ihr da habt oder auch kleiner, ja, aufzubauen, muss man einfach ein bisschen betriebswirtschaftliches Grundverständnis mitbringen wollen und können und das ist manchmal so, wo ich denke, okay, ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen auch mal, mal uns die Zahlen so angucken. Ganz oft bei vielen Betreibern einfach auch, also jetzt aus Marketing-Sicht, die wir so halt sehr, sehr gut betrachten können. Also zumindest was Marketing-Sicht angeht, ganz oft das Bauchgefühl zählt, statt den nackten Zahlen, ja, und das ist so ein bisschen so sagen, okay, lass uns mal lieber die Zahlen angucken. Das Bauchgefühl täuscht manchmal so ein bisschen, ne? Ja, stimmt. Ja, gerade in heutigen Zeiten, da musst du schon Auge und Ohren offen halten, ne? Wir haben halt, wie gesagt, zumindest aus dem Marketing sehe ich ganz, ganz, ganz viel Einblicke und ganz, ganz viel auch Know-how-Wissen einfach aus diesem Hintergrund des Marketings und da sagen wir halt auch, Marketing ist eigentlich relativ einfach trackbar und, ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, ja, die Leidenschaft muss dabei sein und würde ich mir auch wünschen. Ja, ich glaube, das merkst du selber, wenn ich jetzt vor dir bin, ja, und du kommst zu mir ins Studio und ich wieg halt jetzt mal 120 Kilo und treib keinen Sport und ich soll dir jetzt erklären, wie Fitness geht. Ich weiß nicht, also ich persönlich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen. Absolut, absolut, ja. Also von daher, ich würde es feiern einfach, wenn ich sehe, du bist irgendwo, bist auch gut in irgendwas, ja, überleg mal, die ganzen guten Trainer oder so, die haben vielleicht auch was erreicht und dann sagst du, hey, cool, dir kann ich folgen, weil ich glaube von wegen, was du da tust, das hat... Du bist authentisch. Ja, richtig. Absolut, ja. Und, weißt du, alles hat seine Berechtigung, auch die Betreiber, die jetzt eher wirklich sagen von, hey, das ist für mich ein betriebswirtschaftliches Ding, ja, das hat ja auch eine Berechtigung. Ich glaube, das ist aber ein anderer Menschentyp, wie jetzt zum Beispiel jemand, der sagt von, hey, pass auf, für mich sind Zahlen zwar wichtig, ich muss ja auch überleben und alles zahlen können, aber ich mache das wirklich wegen der Sache. Genau. Ich bin der Sache treu, ja, ich möchte diese Sache an Menschen bringen und ich glaube immer von wegen, irgendwann hat es bei mir angefangen, ich mache niemals mehr was wegen Geld, ja, wenn ich irgendwie gleichzeitig vorhin sage, hey, Björn, du kannst dadurch Geld verdienen, sage ich vorhin so, ja, und, Geld kannst du mit allem verdienen, aber ich will ja was machen, wo ich wirklich irgendwie auch Menschen begeistern kann, wo ich sie berühren kann, ja, wo ich denen helfen kann und wenn du sagst, vorhin so, diese Sache ist das erste Thema, was dich interessiert, du verdienst, also wie habe ich das letzte Mal irgendwo gehört, fand ich mega geil, helfe Menschen erfolgreich zu werden und du wirst es selbst, ja, und von daher, ja, die Sache soll an Punkt eins kommen und über Geld solltest du eigentlich gar keine Gedanken machen, finde ich. Ja, ich glaube. Und das machen wir auch gerade, wir wissen, uns geht es ja überhaupt nicht ums Geld, ne? Ja, das merkt man ja auch bei mir. Wir verdienen ja auch nichts oder so, ne? Ja. Werd ich nicht, ne? Und es ist doch sehr viel Arbeit, ne? Und macht aber Spaß, ne? Das ist das Tolle, ne? Oh ja, man unterschätzt das, ne? Genau, genau. Also die ganzen Events und das alles zu organisieren, das dauert dann natürlich schon. Also ich kenne das auch bei uns, wie gesagt, wir haben ja eine CrossFit-Box, wir haben auch eine Community und wenn ich da halt einfach, oder wenn ich auch sehe, wie unsere Teams da entsprechend auch intern was machen, sei es halt irgendwie, wir machen auch intern Wettkämpfe oder irgendwie, wir haben auch einmal pro Jahr immer so Battle the Coach, also quasi, dass man halt sich aussuchen kann, gegen welchen Coach man dann antreten darf und dann gibt es halt Übungen, ja, also da, also es gibt wirklich viele, viele, viele coole Events, die wir auch machen, das ist echt nicht zu unterschätzen, ja. Das zahlen Arbeit, Organisationen und wenn man, wie beim letzten Mal, da irgendwie sich verrechnet hat, dann verdammt, jetzt bin ich ja zurück und dann sind wir wieder zurück ins Büro und haben da alle Workouts mal durchgerechnet, weil wir Fehler hatten, das ist schon nicht ohne, deswegen Chapeau. Ich meine auch bei euch, bei dem Paddelturnier zum Schaufen, ja, Kleinigkeit, da ist irgendeiner ausgefahren, ihr habt euch ja in diesem Americano-Prinzip und auf einmal war, weil irgendjemand, ich glaube, gefehlt hat oder wie auch immer, krank wurde, auf einmal passt das System nicht mehr und dann fängst du an, hier zu streichen, hier Ersatz zu suchen, es ist nur Kleinigkeit, es sind nur Kleinigkeiten, aber auf einmal da fängst du schon ein bisschen an, dann doch irgendwie zu schwitzen, ne? Oder im Vorwege sagen schon welche ab, ne, oder so. Ja, also wenn du es dann zwei Tage vorher hast, okay, du kannst ja noch supergut, weil den Plan aus Erfahrung mache ich den erst immer einen Tag vorher und wenn der dann aber steht bei so einem Konzept und dann kommt abends noch ein Anruf, dann wird es schon so ein bisschen frustriert, wenn am Morgen, ja, dann einfach Leute eventuell gar nicht kommen, dann denkst du, okay, jetzt wird es spannend, weil das System baut ja wirklich darauf auf, von wegen, dass ja wirklich jeder mit jedem und dann ist immer ganz gut, dass man so einen Joke hat, ja, der vielleicht auch mit einspringen kann und dann passt das wieder, ja. Und genau deswegen überlassen wir die Planung für die Paddle-Turniere den beiden, ja. Wir freuen uns schon aufs Nächste, wir werden auf jeden Fall wieder dabei sein. Sehr gerne. Wer Bock hat, Fitnessverbund, ja, wir, wie gesagt, werden unter dem Video den Link zum Instagram-Kanal machen, einfach kommentieren, so wie wir das gemacht haben, ja, Björn, schreibt euch auf jeden Fall an. Und vielen Dank euch beiden für die Einblicke aus euren Studios, zum Fitnessverbund. Gerne. Ja. Ist auch noch was zu sagen, Adam. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, danke fürs Zuhören und Servus. Ciao. Ciao. Ciao.